Auf der Schweißtec, der internationalen Fachmesse für Fügetechnologie, präsentiert der Schweißtechnik-Spezialist Fronius Perfect Welding sein umfangreiches Sortiment an manuellen und automatisierten Schweißsystemen. Besuche erhalten in Halle 7 auf Stand 7409 unter anderem Einblick in die Möglichkeiten zur Vernetzung und Datenanalyse. Auf der Messe zeigt Fronius sein umfangreiches Sortiment leistungsfähiger Handschweißgeräte für Industrie-, Hand- und Heimwerker. Das kompakte 3-in-1-Gerät Transsteel 2200 etwa vereint Elektrodenschweißen, Metallschutzgasschweißen und Wolfram Inertgasschweißen in einer Stromquelle. Fronius bietet außerdem seinen Tandem-Schweißprozess nun auch auf der Geräteplattform TPSI an. Mit der TPSI Steel Edition hat Fronius eine neue Version seiner aktuellen Stromquellenplattform auf den Markt gebracht. Sie ist für das manuelle Schweißen von Stahl optimiert und überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der FCW Compact präsentiert Fronius ein kompaktes System zum automatisierten Rundnahtschweißen. Anwender können damit unter anderem Rohre, Flansche, Reduzierstücke, Fittings und Ventile horizontal und vertikal bearbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017